ja und damit begrüße ich euch zu einer mal wieder weiteren folge bussimulado hier ist das ist glaube ich folge 10 ich kann sie nicht sagen ich weiß es nicht mich wird die spielen hier mal wieder und ich würde sagen Prozent wegen des Akadiers ich will den Gelenkbus vorhanden was macht viel mehr Spaß so aber welche Rute die ist ziemlich lang die hat viele Kurven was mit der annehmen ich hier stellt an die sie müssen gefahren zwischen gefahren das ist ein nacht bus wo es sind acht aktuelle Uhrzeit 920 ich weiß gar nicht was von mir ist und was nicht ist das von mir da bin ich mir sogar sehr sicher ich glaube ich von mir aber in den Nachtsträgen 9 um an die Elf und Zwölf sind ja glaube ich von mir 11 und 12 ja ja 15 ich bin gern die 15 Kursiere ist schwierige Entscheidung die Specht schwierig und gewollt und gewollt die 1 ich auch von mir Leute, das ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt. DL-Fisch auch eindeutig für mir. Ich glaube, wir fahren diese hier auswählen. Dienstnummer. 3, 3, 9, 0, 2, 2, 8, 3, 8. Okay, die Richtung aus. Okay. So. Einsteigen. Zündung, Lester. Enter drücken. So, Dienstnummer. 3, 9, 0, 2, 2, 8, 3, 8. So, Linie Nummer 93, die gibt es sogar bei uns. Die führt bei uns durch den Ort. So, bitte warten. Motor starten. Jawohl. So, ich glaube, das ging irgendwie so und so. Ups. Oder nicht. Nach unten. Rück und einfach einfügen. Danke. Danke. gimmisch. So, ich muss machen. So. So, ich musste mich richtig tragen. Wir werden nicht die Ress successful. So. Das war die Ressource. Ich kann es mir jetzt gelaufen. Es wurde eigentlich nicht mit der Ressource. Er war es ein gattetys 000-Moder. Ich kann es mir einmal erledigen. Und das ist mir nicht wichtig. Und das ist mir nicht so, ich kann es nur die Ressource! Ich kann es mir teuer. Das ist mir alles aus. Spiegel nicht richtig eingestellt so möchte ich dir gern bitte so die Städte die Nils in PS an was geht mit den Leuten an die mich jetzt in PS anschreiben stopp Gott Gott wie blickt ich die Nummer so ja so klingt alles klar wo ich den etwas über dem Strich ja ein klein wenig so beschleunigen die Kurve da kommen jetzt welche ja komm auch hin so wo müssen wir denn überhaupt hin oh das ist so laut auf meinen Ohren nur kurz kling die nächste Linz die die Türe auf ich blinke mal damit der das weiß oh mein Gott und die Bieter nicht meine Schuld man nicht mehr schuld im Leben ich kann gar nicht sein im ersten Fall je nach links also da fahren wir nachher zurück anscheinend das ist nachher unsere Brude aber in die Gegend ist jetzt die Richtung und die 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 mit sie man treiben wir müssen nach außen als wunderbar Wurzeln haben wir es halt mitgenommen Ja komm Ach ja man kann hier Fenster holen Jawohl Oh mein Gott Ich bin etwas erkältet Ich hasse es erkältet zu sein Dann können wir einfach keine guten Videos für euch machen Nein Warum So einfach mal links vorbeifahren Wohl So machen das Profis einfach vom Unfallort sich verpissen Also nicht dass ich das jetzt auch machen würde So wir müssen hier links Bordstein Aber wo ist denn der anfangen? Da hinten Okay Das Fahrzeug muss stehen Hier steht doch Mein Gott Okay 3 2 1 0 Stützt es nicht Ja so So Und jetzt so Und jetzt so Jawohl Jawohl Oh da kommt Naulo Ja komm Schlag doch ein So Delschen Ich will hier rechts Auto Ufff Hi 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 So Wann wir noch kurz Dumm dumm Drei Minuten waren wir jetzt 35 Oh mein Gott Da steh ich nicht So So Von wir fahren hier Den Ziehharmoniker Oh nein Hier wird perfekt eingepackt Ha 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 also besser Dann nur ja wohl nicht mehr hinfahren Oh Naja eigentlich steh ich doch auf dem Pottstein Nein Egal So Was möchtet ihr? Möchtet ihr dass ich da hinten auch aufmach? Möchtet ihr das? Komm du bezahlt Was auch nicht Jetzt geht er rein Ey bezahlen Hallo Es kommt einfach niemand Er will einfach niemand bezahlen Oh Doch du Auch nicht Oha 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 Na also dann was mal wieder für eine weitere Folge bis zum Wurmbot Bus Simulator hier Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wenn wir hier die Tour fahren Ich wünsche euch einen schönen Tag Und ja bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Ich wünsche euch eine Nudel Tschüss Vielen Dank.